Ab hier Ok, hier hinten ist er zu mir Hier kam der Arbeiter rein Ach der Arbeiter, genau, wir müssen Klamotten uns anziehen Äh, wie nehmen wir die Klamotten denn von denen weg? Oh, da, warte, jetzt anziehen Das Telefon Ich geh dran Ich geh hin, geh hin Ja Ok Es gibt noch ein Arzt Wo denn? Der liegt da vorne an der Blume hier Der liegt da vorne Der liegt da vorne Ok Was hat er jetzt gesagt? Hab ich es nicht, äh, gelesen Oh, ich geh wieder Ok, er hat ihn gefunden Noch mal kurz Ich hab diese Patient-File Ah, wir müssen uns die Patient-Akte Hab ich Die muss hier irgendwo sein, die muss hier Hast du? Ich hab sie eigentlich Oder? So, jetzt müssen wir uns umziehen als Doktor Ja Ah, da Genau, das ist so Okay Ist schon ein bisschen so ein Kleiderraum, ne? Ja Äh, hier vorne Ah Aber da kann man auch hier mehr durchgucken hier Was ist denn da? Ein Minigun? Geil Alter Hier ist ein Minigun Ey, komm mal kurz Ich hab hier auch eine Sentry Gun Muss man die vielleicht machen? Ja klar Falls Vielleicht Falls irgendjemand reinkommt Oh Okay, ich hab eine Ich auch Okay Ich hab alle Also steht Steht alles Erschüssendach Ne, hier kam irgendwie ein Ficherheitstyp rein Ah, Play Doktor Ah, Play Doktor Jetzt müssen wir uns umziehen Da in dem Umraum Äh, Umkleiderraum hier Alle rein müssen hier Alle mit ins Gebiet rein Yeah Oh, oh Das ist ja hammerfett Jetzt nicht F drücken Ja So Jetzt kommen alle mit Saubescheuert Alle liegen hier rum Wie gesagt Haha, geile Sache Guck mal, jetzt liegen überall hier Leute Jo Ah, da Psch, leise Die läuft jetzt mit uns hier irgendwie Ja, und Wolf, äh Kriegt's nicht gebatten Okay, warte mal, jetzt müssen wir genau zuhören, was die sagt Um den Richtigen rauszufinden Okay Okay Okay, was suchen wir denn für einen? Wahnsinn Auf jeden Fall zuhören Okay, das hat irgendwas Irgendwas mit Dingsbums Keine Ahnung, hab's das nicht ganz so verstanden Im Blut Der andere hatte nur einfach Kollops Also er ist einfach nur umgefallen Der zweite Der zweite müsste das sein, ja Ja, der hier Ja Okay, jetzt müssen wir wie gesagt Also er macht das glaub ich nochmal, oder? Oh, warte mal Lass uns nochmal kurz einmal Nur vorsichtshalber Noch nichts machen Was jetzt macht Was jetzt macht Bleibt jetzt das stehen, oder? Let's take another lap And check each patient's blood pressure too Ah, jetzt kommt blood Jetzt zeigt sie uns das ist Blutbild Okay Boah, ist das heftig spannend, ey Boah Dieser Patient hat eine Blutpressure von 95,66 Wenn ich es nicht besser wusste, würde ich sagen, dass er die Signale von early stage rabies zeigen zeigt Wir haben Grund, um zu glauben, dass seine Kondition sehr hochkontagös ist Also er bleibt definitiv in der Pflege Ich glaub, als Person 2 ist das, ey Diese Patient hat eine Blutpressure von 114 über 77 Er muss ein bisschen länger isoliert bleiben, aber er wird okay Person 2, oder? Ja, ich denke auch Warte, jetzt müssen wir mal kurz gucken Was müssen wir machen jetzt hier? Sicherungskasten Da gehen ja die Sicherheitstüren zu, ne? So Und Also Sicherheitstüren zu machen und hier drin alle erschießen, ey, was? Ne, Sicherheitstüren Muss man deaktivieren Deaktivieren Genau, wir müssen jetzt für den Boah, ist jetzt die Sache Ist da vielleicht Farben in dem Raum? Mal gucken Ah, okay Isolation A Isolation C Und Isolation B Ist halt jetzt die große Frage Ach, warte mal, hier ist doch Kabel Hier ist rot Hier ist blau Und ein ist gelb Wir sagen rot Wär's, ne? Die zweite Kamera Ja, klar Rot, gelb Hier oben, die Kabel Siehst du das nicht? Ach da Okay Und die anderen haben hier Reingehen Dass jetzt keiner sieht Und Wolf Und Wolf Der steht da vorne Wo steht der denn? Der steht da vorne Hier Ach da Doch, warte mal, warte mal, warte mal Warte mal Was denn? Ich versuch das mal eben Also ich kann da nichts machen Aber bei mir leuchtet einfach nur die ganze Zeit Dieses Fahnen Äh, der Ja, genau Genau Ich hab gedacht, da könnte man doch irgendwas machen mit Ja, was ist denn Ne Ne Oh Ich glaub, wir müssen überfüllt Ja, man muss einfach mit dem Starten Und dann halt den roten anvisieren Und dann halt Ganz schnell Einer visiert an Wir gehen hier dann draußen Genau Boah So Okay, seid ihr soweit? Jo Ja Hoffentlich, ich glaub jetzt der rote oben 3 2 1 Jetzt chill! Hast du durchgeschnitten? Naja, noch nicht So, alle sind runter Alle sind runter Alle? Ja, alle Was war das denn? Ja, ich, ich fahr zu langsam Oh, fuck, ey Ja, gut Ja, gut Was haben die Boar-Säger nicht? Das ist Scheiße Das hätt' wir jetzt auch ohne schaffen können, ey Mach mal, oder? Ja, wenn wir es nochmal schaffen Ich denk schon, dass wir es nochmal schaffen Also nochmal Ja Geht gut, dann sehen wir uns Gleich wieder Bis dann, Typ Los 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 Oh Ja 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 Entweder Ja 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 Neun Kameras Neun Kameras Neun Kameras Ich hab keine Hier, da Und da Die und die dahinten Ich kann eins, zwei Ja, aber ist vielleicht wieder Irgendwo eine, die wir Ah, da noch eine hier Vier Ich kann versuchen Die und dann ganz schnell Hierhin, dahin Du könntest dich hierhin stellen Genau hier Und dann da Dann kannst du die eine Die hier Und dann die beiden hier an der Wand Die und die hier Ja, aber wenn nicht zu lange, man versucht, die auch noch zu machen Ja Und einfach mit drauf schießen Ja Ähm Okay Okay Okay, ich mach dann hier den Aufzugraum Und Hier das WC-Gerät Genau Okay Dann, wie gesagt Wünscht uns Glück, dass wir's wirklich schaffen Und sofort, wie gesagt, Doktoren runter Ja, ja, klar Alles runter Genau Los Drei Zwei Zwei Eins E Los Drei Zwei 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 Von mir auch, dann wissen wir es, töten dürfen wir nicht, aber jetzt auch einer tot, wer denn den umgebracht? Den hab ich jetzt gerade einfach, aus Langeweile. Achso, ok, dann machen wir es noch einmal für euch und versuchen es nochmal, bis gleich. So, oh, das sind wenig Kameras. Bei mir ist hinten kein Doktor, wie ich jetzt so sehe, also hier ist keiner, ist nur eine Arzthelferin, aber ich glaube, die macht nichts, hoffentlich, hier ist kein Doktor bei mir jetzt. Ich habe aber eine Kamera hier hin, ne, ich will meine Ecke, ähm, ja, ich mach die Kamera, selber. Guck mal, du musst dich hier, hier hinstellen, dann kannst du eigentlich recht leicht schießen, weißt du beide. Ich mag aber lieber, ich mag aber lieber so, das geht schon. Zack, du hast die. Ok, du hast zwei. Ok. Wenn, dann kann ich auch noch versuchen zu helfen irgendwo, aber erstmal die. Ja, wenn man sieht, dass eine nicht, ne, sofort draufballern, scheiß da unten drauf. Ist, ist, ist die hier übernommen, über mir die? Äh, ne. Dann kann ich versuchen, die noch... Die müsstest du mal. Ja. Ne, die, die siehst du von da aus nicht. Ja, ich hätte innen laufen können, aber... Ja, aber das dauert wieder zu lange. Ja, klar. Lieber, ich nehme die und die. Ok. Ja, warte kurz. Warte, warte. Oh Gott, oh Gott. Ok. Ja, ok. Auf ein neues. Warte, warte, warte. Du nimmst da hinten die und die da vorne. Du nimmst die, die. Ich nehme die vier, ok. Ja. Ich hoffe, es sind auch nur acht. Wollen wir eine übersehen, nö, ne? Nö. Nö. Drei, zwei, eins. Und los. Habt ihr alle? Ja. Boah, das war knapp. Ich habe hier keinen in meinem Raum. Wir haben eine übersehen gesehen. Ich bin jetzt beim Computer, aber ich halte die erstmal. Da kommt ein Arzt. Genau. Ich fessel den einen hier. Wenn ihr denkt, ihr habt alle erstmal dann übernimmt immer einer. Dann kann ich schon mal auch fesseln. Warte, warte, warte. Soll ich den auch? Soll ich gehen? Ich übernehme? Gut, danke. Fessel du? Ich fessel hier die beiden Erste, die hier hinten sind. Nicht kummer, wo noch welche sind. So, ich habe keine Kabelbinder mehr. Hast du noch... Ich hab keine Kabelbinder mehr. Ja. Aber sonst sind alle... Das sind auch alle, ne? Sind noch irgendwo... Okay, ich bleib hier stehen. Sind noch irgendwo Ärzte? Ich mach irgendwo den Computer erstmal hier. So, der läuft jetzt. Schau mal. Okay. Okay. Okay, ich bleib hier am Computer stehen und wach hier. Ich hab mir ans Telefon drangegangen. Ja, eine Pizza. Ja. Eine Margarita. Ja, und Pizzabrötchen. Margarita auch noch. Taya, was möchtest du? Eine... Diavolo. Eine Diavolo. Mit Schaf oder ohne? Mit. Ja, mit Schaf. Und extra Käse. Ja. Drei Cola, genau. Ein Liter. Boah, naja. Du tritt mir wieder so schlecht wie damals bei dir. Ja, gut. Dann nehmen wir ein Pussygetränk für Taya. Ja. Ja, das... Dann. Gib's zu. Du willst auch eine haben. Ein bisschen aufzug. Geh down. Telefon. Telefon, ich bin nochmal drangegangen. Ingo Weaver, du musst es auch mal zugeben. Du willst doch bestimmt auch die Pussy haben. Ja. Ich ruf gleich noch voran nach Sun. Ja. Okay, ich check mal kurz hier die Unterlagen. Ich bin grad dabei. Okay. Ich auch. Habt ihr irgendwas schon? Ne, ich noch nicht. Ich hab's glaube ich. Ich hab's glaube ich. Hast du? Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ja, genau.